Ich habe einen Molzhandel geführt. Ich habe Reis gegessen und mit vielerlei Volk gehandelt. Ich, Wang Yen, bin ein Schreck. Geendet dreimal südlich von Chicago. Ohne Erdung. Schießen Sie. Ich bitte Sie darum. Mehrere Male. Warum besinnen, ehe der Mut ins Wasser fällt? Das ist die Wirklichkeit. Kommen Sie mit mir. Hinunter. Das Stavs ist oft gebraucht. Es war die beste Zeit. Das Stavs ist oft gebraucht.